FPÖ-TV aktuell. Wir zeigen, was andere verschweigen. Patriotisch, direkt und ohne Zensur. FPÖ-TV aktuell. Weihnachten steht vor der Tür. Und dazu gehört bei uns in Österreich der Nikolaus und das Christkind. Aber unsere Traditionen, unser Brauchtum wird immer weiter zurückgedrängt. Die Regierung und auch die Einheitsparteien kümmern sich lieber um die links-linke Kulturschickeria. Genau darüber sprechen wir heute mit unserem Kultursprecher Thomas Spalt. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von FPÖ-TV aktuell. Lieber Thomas, alle Jahre wieder, muss man ja inzwischen schon sagen, gibt es die Diskussionen rund ums Nikolausverbot in den Kindergärtnern. Und auch dieses Jahr war es wieder so weit. Argumentiert wird ja immer wieder damit, dass die Kinder Angst hätten vor Nikolaus. Oder eben mit dem inzwischen schon sehr hohen Migrationsanteil in manchen Schulen und Kindergärtnern. Aber kann man das in einem Land wie Österreich wirklich einfach so akzeptieren? Nein, das kann man überhaupt nicht akzeptieren. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir genau dieses Thema ansprechen. Denn ich erlebe es immer wieder, dass wirklich Familien und Eltern zu uns kommen und zu mir kommen und sagen, es kann es doch nicht sein. Ich will mit meinem Kind im Kindergarten zum Beispiel das Martini-Fest feiern. Das gibt es nicht mehr. Jetzt ist es ein Lichterfest. Und das zieht sich durch das ganze Jahr hindurch. Und gerade Richtung Weihnachten jedes Jahr die Diskussionen mit Nikolaus und Krampus. Also wenn ich mich zurückerinnere, natürlich hatten wir in der Kindheit einen gesunden Respekt vor dem Nikolaus. Aber in Wahrheit sind es schöne Kindheitserinnerungen. Und genau diese Erinnerungen sollen jetzt von linker Seite genau bei unseren Kindern ausgelöscht werden. Ich kann mich auch noch gut an meine Kinder erinnern. Bei uns im Kindergarten kam der Nikolaus auch. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sich da irgendein Kind da wirklich so extrem gefurchten hat. Oder vor allem am bleibenden Schaden davon erlitten hat. Also da ist wirklich nichts Schlimmes dran. Aber heutzutage muss man ja wirklich sagen, von Nikolaus haben die Kinder angeblich Angst. Aber wenn dann Männer in Strumpfhosen und Tütü in den Kindergärten Lesungen abhalten, dann ist das heutzutage normal. Naja, das ist ja das absolute Absurde. Und auch uns Eltern wird ja hier kein Mitspracherecht mehr gegeben. Es wird hier ganz klar uns vorgeschrieben, ja es gibt eine Lesung von irgendeiner Dragqueen. Die kommt dann herein in irgendeinem skurrilen Outfit und dann hat die noch irgendwelche Namen, die nicht jugendfrei sind, meiner Meinung nach. Das entscheidet dann die Leitung im Kindergarten, in der Schule. Aber unsere traditionellen Feste, unsere traditionellen Anlässe, da wird dann von der Schulleitung einfach entschieden, nein, das gibt es für eure Kinder diesem Jahr nicht mehr. Nicht nur in den Kindergärten sind die Dragqueens, auch schon im Parlament sind sie angekommen. Es gab vor einiger Zeit eine Führung für Dragqueens im Parlament, organisiert glaube ich von der SPÖ. Und dann auch noch eine Kinderbuchlesung von Dragqueens, da war die grüne Kloppa-Frau Sigi Maurer-Feder führen. Ist sowas einem Hohen Haus überhaupt würdig? Nein, absolut nicht würdig. Und ich habe es auch damals schon gesagt und wir haben das auch klargestellt, das Hohen Haus repräsentiert natürlich auch die österreichische Bevölkerung. Und hier eine kleine, schrille, schräge Minderheit. Natürlich soll jeder in seiner Freizeit machen, was er will. Aber dann macht es das bitte in eurer Freizeit, macht es das irgendwo privat. Aber versucht es nicht permanent, hier auch das Hohen Haus und die österreichische Politik und das Parlament hier für irgendwelche, man muss schon fast sagen, Propagandazwecke gegen das klassische Familienbild zu missbrauchen. Kommen wir lieber wieder zurück zu unserer eigenen Volkskultur. Gerade auch jetzt in der Adventszeit spielen ja auch heimische Musikverbände, Chöre und Musikkapellen eine wesentliche Rolle und machen sozusagen die Weihnachtszeit noch ein Stück schöner für Adventmarktbesucher oder auch bei Weihnachtskonzerten etc. Aber wie viel ist das unserer Regierung wert? Wären die wirklich so wertgeschätzt, wie sie es verdient hätten? Ja, leider werden sie sehr wenig wertgeschätzt. Und wir sehen das immer wieder auch bei unseren Anträgen, die wir aktiv im Kulturausschuss einbringen. Wir haben zum Beispiel gefordert, die Erhöhung der Förderung für unsere heimischen Chörverbände und für unseren Blasmusikverband. Und man hört dann immer wieder seitens der Regierungsparteien, ja wir machen ja eh so viel und der Antrag wäre ja nicht so schlecht. Aber anstatt zum was umsetzen, wird dann das permanent vertagt und zunichte gemacht. Wir merken es gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wie wichtig die Vereine, das Ehrenamt und gerade auch unsere heimische Kultur sind. Das fängt beim Krippenbauverein an, das geht weiter zum Chor, das geht zum Blasmusikverein, das geht die ganzen Brauchtumsvereine, die Nikolausbesuche organisieren. Und es ist doch die Weihnachtszeit eine Zeit, wo auch die Familien und die Menschen in Österreich oft zusammenrücken. Man besinnt sich wieder ein bisschen mehr. Man setzt sich um den Adventskranz zu Hause hin, isst Kekse, redet mit der Familie und kommt zusammen. Und da braucht es natürlich auch die ganzen Vereine rundum. Es nutzt es mir, wenn der Krippenbauverein nicht mehr existiert, weil er keine finanziellen Mittel hat. Und gerade die Blasmusikverbände, die Blasmusikvereine zum Beispiel, wir kämpfen hier schon lange dafür, dass diese Vereine auch die Wertschätzung erhalten, die sie wirklich verdienen. Und es geht ja hier nicht nur um die Musik, die sie machen, es geht um das gesamte Gesellschaftspolitische. Weil wir wissen es, in jeder Stadt, in jedem Ort ist da, wo ich funktionierende Vereinstruktur habe, die leisten einen wichtigen Beitrag überhaupt für ein gelingendes Zusammenlegen. Auch für Kinder und Jugendliche natürlich, wenn die da in Vereinen organisiert sind, ist das ja auch ein wertvoller Beitrag. Natürlich, die leisten einen so großen Anteil auch an Jugendarbeit, auch Integrationsarbeit funktioniert genau in diesen Vereinen. Und da kann es nicht sein. Und gerade Musikvereine, weiß ich, die sind auch sehr stark natürlich durch die Corona-Maßnahmen, haben die dadurch gelitten. Die haben finanzielle Probleme, weil sie ihre Konzerte nicht durchführen durften. Die gesamte Teuerungsdebatte spielt da mit hinein. Und hier schaut die Regierung einfach tatenlos zu und schiebt auch hier die Verantwortung zwischen Bund und Länder hin und her. Und hier sagen wir ganz klar, diese Vereinstrukturen gehören unterstützt und gehören weiter ausgebaut. Ähnlich sieht es auch bei den alpinen Vereinen aus. Immer mehr Gipfelkreuze sind massiv beschädigt oder bräuchten halt wieder sozusagen eine kleine Renovierung. Und da lassen wir die Alpinvereine einfach im Stich von Seiten der Regierung, oder? Warum ist es aber so wichtig, dass wir unsere Gipfelkreuze erhalten? Ja, Österreich ist natürlich auch als alpines Land geprägt. Und man darf nicht vergessen, neben unserer alpinen Kultur, die wir haben, ist natürlich die alpine Kultur auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor für den ganzen Tourismus. Und es wird zusehends immer schwerer für die Vereine hier diese Gipfelkreuze zu erhalten. Und auch hier haben wir vergangene Woche einen Antrag im Kulturausschuss diskutiert, wo wir ganz klar gefordert haben, hier ein Maßnahmenpaket auch zur finanziellen Unterstützung für die Vereine für den Erhalt der Gipfelkreuze zu beschließen. Aber, gleiche Situation, auch hier hat die schwarz-grüne Bundesregierung wieder den Antrag zunichte geredet und den Antrag vertagt und der ist dann wieder schubladisiert worden und im Nichts verschwunden. Aber gerade im alpinen Raum und gerade unsere alpine Kultur ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und man darf auch nicht vergessen, dass mittlerweile auch Bergsteigen zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Und das gilt es schon ganz klar zu schützen und auch für die Zukunft und für nachfolgende Generationen zu erhalten. Leider wird da aber von Seiten der Regierung immer weiter der Sparstift angesetzt. Aber für sehr skurrile Kunstprojekte scheint Geld ohne Ende fast da zu sein. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was so finanziert wird, wofür Millionen an Steuergeld ausgegeben wird. Das ist nur ein Beispiel, man könnte sicher noch zahlreiche andere bringen. Das ist der sogenannte Jubiläumsbrunnen. Der wurde jetzt vor kurzem in Wien Favoriten eröffnet und das kostet dem Steuerzahler 1,8 Millionen Euro. Also rund zwei Millionen Euro wird für sowas ausgegeben. Man hat irgendwie das Gefühl, für unsere eigene Kultur ist kein Geld da, aber für die linke Vogue-Szene ist Geld ohne Ende da, oder? Ja, das ist das beste Beispiel für das linke Kulturverständnis. Also ist vielleicht Kunst schön immer im Auge des Betrachters, aber ich kenne keine Augen, die gesagt haben, oder keine Betrachter, die gesagt haben, wir finden das in irgendeiner Art und Weise schön. Und gerade in Wien, meiner Meinung nach ist es eine Schande, wenn ich Wien mir anschaue mit den ganzen wirklich historischen, schönen, wertvollen Bauten. Und aus der ganzen Welt kommen Touristen nach Wien und die kommen aber ganz sicher nicht wegen so einem Brunnen, sondern die bekommen wegen den schönen Gebäuden, die wir haben, wegen den schönen Parks, die wir haben. Und das ist österreichische Baukultur, aber so ein Brunnen hat für mich gar nichts mit Kultur zu tun und das ist eine absolute Steuerverschwendung. Ich glaube, es waren knapp zwei Millionen Euro, was dieser Brunnen gekostet hat. Und da würde ich wirklich den Vorschlag machen, wenn schon der Wiener Bürgermeister und der Bundespräsident stolz diesen Brunnen eröffnet haben, dann müssten sie ihn eigentlich auch selber bezahlen. Ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Österreicher genauso. Du hast vorhin gerade den Bundespräsidenten angesprochen. Bei der Eröffnung war er anwesend. Sonst fragen sich viele Österreicher sicherlich, wo ist der Bundespräsident überhaupt? Man kann ihn zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen immer wieder sehen. Aber so ein Festspielaufenthalt vom Bundespräsidenten kostet dem Steuerzahler schnell einmal 40.000 Euro. Was sagst du da dazu? Ja, es ist ein absoluter Wahnsinn und danke, dass du das Thema ansprichst. Ich habe dazu parlamentarische Anfragen an die Ministerien, aber auch an den Bundespräsidenten gestellt. Und da ist genau diese Zahl herausgekommen. Und ich darf hier nur erinnern, wie unser Herr Bundespräsident, der immer aus dem stillen Kämmerlein dann immer mit seinen Weisheiten uns bereichert, wie der Herr Bundespräsident gesagt hat zu Jugendlichen, wie sie durch die Teuerungswelle kommen, wo er noch gesagt hat, Zähne zusammenbeißen, wie sehr der Bundespräsident beim Besuch der Salzburger Festspiele die Zähne zusammengebissen hat. Ich glaube, das hat man gesehen. 40.000 Euro, ich glaube, es waren 20.000 Euro Hotelkosten, 15.000 Euro alleine für das Abendessen und für die Bewirtung. Und dann reicht es nicht, dass hier der Bundespräsident mit drei, vier Mitarbeitern hingeht, sondern mit einem halben Hofstaat. Es waren zehn oder elf Personen, ausgenommen noch dem Personenschutz. Der kommt dann auch noch dazu. Also der Bundespräsident steht auf der einen Seite hin und empfiehlt unseren Jungen, sie sollen die Zähne zusammenbeißen und selber schafft er es dann, auf einer einzigen Veranstaltung mit einem kompletten Hofstaat anzureisen und hier 40.000 Euro an einem Tag auf den Kopf zu hauen. Ich meine, was soll denn das? Was soll das, haben sich sicher auch viele Leute gefragt, als sie gesehen haben, was der Opernballbesuch für die Minister Brunner und Kocher gekostet hat. Natürlich wieder dem Steuerzahler. 76.000 Euro hat die rauschende Pallnacht dem Steuerzahler gekostet. Haben diese Herrschaften eigentlich sämtlichen Bezug zur Realität verloren? Ich meine, viele Österreicher müssen derzeit jeden Cent zweimal umdrehen aufgrund der Teuerung und da wird in Saus und Braus gefeiert. Ja, absolut. Und wenn man auch noch zurückdenkt, der Opernball in diesem Jahr, das war genau in dieser Zeit, wo die Bundesregierung uns allen mit irgendwelchen Stromspartipps gesagt hat, bitte tritt die Heizung auf 19 Grad herunter. Deckel drauf beim Kochen. Genau, Deckel drauf beim Kochen. Die Kinder sind mit Winterjacken in der Schule gesessen. Und genau zur gleichen Zeit war der Opernball. Und das Absurde daran ist ja, ich habe ja immer gesagt, es braucht sowohl die Festspiele als auch der Opernball und die österreichischen Kulturveranstaltungen, die brauchen natürlich die Repräsentation und auch die Besuche von hohen Politikern. Da spricht gar nichts dagegen. Aber die Kosten da, wenn ich mir das angeschaut habe, es reicht ja nicht aus. Da wird eine, die Präsidentenloge wird von der Opernballdirektion für Repräsentationszwecke zur Verfügung gestellt. Nein, dem Herrn Finanzminister hat das nicht gereicht. Er hat noch um 20.000 Euro eine separate Loge gebucht. Und auch die Bewirtungskosten und die ganzen Abrechnungen des Abendessen im Hotel Sacher, ich glaube, das waren um 10.000 Euro circa. Also da fehlt wirklich jeglicher Bezug zur Realität. Und ich habe es damals schon in der Diskussion gesagt, Alleine diese eine Ballnacht, nur vom Finanzminister Brunner, hat den Steuerzahler 44.000 Euro gekostet. Und das ist das durchschnittliche Jahresgehalt brutto eines österreichischen Arbeiters. Und der muss das dann aber noch versteuern. Also dann reden wir im Endeffekt, das, was das Finanzministerium in einer Nacht ausgegeben hat, für das muss ein durchschnittlicher Österreicher eineinhalb Jahre arbeiten, bis er dieses Geld netto im Sack hat. Und dass da die Österreicher verärgert sind, ist nachvollziehbar und natürlich auch logisch. Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, im Kulturbereich braucht es wieder mehr den Fokus auf die eigene Kultur, auf das eigene Brauchtum, auf unsere Traditionen. Und wir müssen uns wegbewegen von diesem links-linken Kultur, Woke oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Ja, absolut. Und ich glaube auch, also im Kulturbereich zum einen braucht es ein höheres Grad und Transparenz. Und ich versuche immer wieder mit meinen Anfragen auch diese Themen genau aufzudecken. Und ich glaube, es braucht auch den Mut, und das spüre ich immer wieder, und das spüre ich auch in den Rückmeldungen, auch von der österreichischen Bevölkerung, die sagen, es reicht, wir haben unsere Kultur, wir haben unsere Werte. Natürlich braucht es immer, gerade im Kulturbereich, es braucht ja immer Verschiedenes, aber es kann nicht sein, dass permanent unsere Kultur, unsere Volkskultur, unsere Werte, dass diese permanent eigentlich mit Füßen getreten werden, muss man mittlerweile schon sagen. Und hier braucht es ein Umdenken, aber hier werden wir weiter dafür kämpfen. Da bin ich ganz stark davon überzeugt. Und natürlich auch bei der nächsten Nationalratswahl kann man mit der richtigen Stimme auch ein starkes Zeichen für unsere Kultur und unsere Brauchtum setzen. Lieber Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke, dass du dich so vehement für unsere Kultur einsetzt. Und ich hoffe, wir können dich bald wieder hier bei uns im Studio begrüßen. Vielen Dank, Lisa. FPÖ-TV aktuell. Wir zeigen, was andere verschweigen. Patriotisch, direkt und ohne Zensur. FPÖ-TV aktuell.